Digger, ist mir warm. Boah, ich bin endlich nach Aachen umgezogen. Alter, das war stressig. Umzug dies, das, allein meine ganzen Comics rüber zu transportieren. Boah. Tschüss, guck durch diesen Laderaum an. Hier kann man locker einen, kann man 20.000 Menschen liefern. Einfach über die Grenze schmuggeln. Es gab jetzt eine Razzia in Rumänien, weil er des Menschenhandels verdächtig ist. Während die hier arbeiten, mache ich nichts. So, jetzt müssen wir nochmal alles rüber transportieren, aber wer fährt den Wagen? Ich nicht, sondern der hier. Und dann ging es auch schon nach Aachen. Hier ist die Zusammenfassung des Umzugs. Ich sehe heute richtig scheiße aus, Alter. Boah. Boah, der erste Umzugstag war so stressig. Ja, ich bin heute hier ein letztes Mal in dieser Wohnung gewesen. Habe jetzt eine Übergabe gehabt mit meiner Vermieterin. Ja, habe die Bude ein bisschen aufgeräumt, die letzten Sachen abgeholt für meine Wohnung. Und jetzt ist die komplett leer. Hört mal auf, dementsprechend an meiner Stimme. Das heilt jetzt gerade richtig krass hier. Boah, Alter, dieses Echo ist so insane. Hallo. Halt eine Schnauze. Oh, okay. So, Umzug geschafft. Dann dicke, fette Grippe. Und dann Möbel-Sneaken bei Ikea in Holland. Die haben diese zwei Finger hier abgeklebt. BAS, Digga, die haben einfach mein Lieblingsprogramm Premiere. Hatt ich aufgehoben. Die haben einfach von meinem Lieblingsfilm das Buch. JAK-Robot. Boah, Junge, mein Lieblingsprogramm vorgeschafft. Scheiße, Alter, hatt ich aufgehoben. Und hier bin ich nun. In Aachen. Ein neues Kapitel beginnt für mich. In meiner neuen Wohnung. Ja, ich bin immer noch im Ikea. Aber ich kann euch zumindest einen Sneak-Peak auf meine echte Wohnung geben. Ja, okay, reicht jetzt auch mal wieder. Aber hey, in meinem nächsten Video kann ich für sicher mehrere meine echten Wohnungen zeigen. Okay, aber jetzt muss ich wirklich einen Abgang machen, bevor die Security kommt.